Christoph, lass uns nochmal über die Wagner-Truppe sprechen. Ich erinnere mich, am Anfang hat man sich von denen eigentlich distanziert, hat das fast geleugnet, dass es die überhaupt gibt. Nun scheint es aber so zu sein, dass sie inzwischen einen immer größeren Stellenwert auch bekommen. Ein Lied ist ihnen inzwischen sogar gewidmet worden. Findet da ein Wandel gerade statt? Ja, da findet ein extrem schneller Wandel statt. Also noch, wie du richtig sagst, vor wenigen Monaten hat man nur ungern zugegeben hier von offizieller russischer Seite, dass die Wagner-Gruppe überhaupt existiert. Und der Chef der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigozhin, hat sich absolut zurückgehalten. Öffentlich stand immer irgendwo im Schatten und hat auch Journalisten gerichtlich verfolgt, wenn sie berichtet haben, dass er der Finanzier und der Boss dieser berüchtigten Söldner-Gruppe ist. Und jetzt gibt es eben eine neue, möchte ich fast sagen, Wagner-Hymne, eine Verklärung dieser berüchtigten Söldner, eine Glorifizierung. Und das ist schon ein bizarres Werk und man sieht ja auch, dass da die Männer nach vorne gepeitscht werden. Und das entspricht schon in gewisser Weise der Denke vieler Hardliner hier in Russland. Und man will eben diesen Krieg vorantreiben, man will das Blatt wenden und so sind auch solche Lieder zu erklären. Die werden natürlich auch nur gemacht, weil man weiß, dass das eben bei vielen Russen auf offene Ohren stößt. Und Yevgeny Prigozhin, der Mann, der sich so lange zurückgehalten hat, irgendwo im Schatten, im Verborgenen geblieben ist, hat sich heute wieder zu Wort gemeldet. Und hat gesagt, ja, dass jetzt die Söldner, die Wagner-Gruppe nennt er sie, einen Ort in der Nähe von Artyomovsk eingenommen hat. Auf Ukrainisch heißt das Bachmut, Ivangrad, das ist ein kleines Dorf. Aber da hat er dann gesagt, das sei allein der Verdienst der Wagner-Gruppe. Und sie gewinnt hier in Russland einen Stellenwert. Das ist eine Art Frontfeuerwehr geworden. Und dieser Stellenwert, der wird eben jetzt untermalt mit Hymnen, die, wie ich finde, erschreckend sind. Zu Propaganda nun also noch eine Hymne. Christoph, vielen Dank für den Moment. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und da werden aus dem suivre, dann sehen wir uns dann halt怎麼了. Komm hin. Und dann müssen wir uns auf der Suche seuf. Und das hier also mit dem Vibe weiter FrederickQhash Show. Und dann können wir uns um diverßend Sie aufチés festesen, Aber das hat auch leichter Livestand ist das Flächeln. Und dann hat es auch noch mit der Suche JEN거�ern.